Okay, mach. Ja, mach ich auch. Ja, okay, und wir machen es auch schon. Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Was war das? Ja, du hast was gesagt und ich hab gerade draufgeklickt, du Nudel. Ja, du so. Ich sag, ja, kurz bevor das Video anfängt, ich sag, okay, ich fang jetzt an. Ich drück drauf und dann kommt noch ein bescheidenes, unbewolltes, ja, dann mach mal. Was soll ich machen? Mir einen runterholen? Ja, okay. Ja, und wir sind hier auf so einem Server, wo ich den Namen schon wieder vergessen hab. So, Hive.me. Me. Also, fast wie. Also nicht Wie, sondern Mi. Mi. Also der Charakter von Wie. Und da muss man immer auf diese Schilder klicken und dann kriegt man so Tränke. Und jetzt bin ich, das sind... Ja, aber ist das normal? Also, irgendwann im Leben stirbt man immer, aber naja, okay. Nein! Da fällt mir ein, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Nein, ich bin tot, schon wieder mit Full Diamond. Alter, wie alt bist du denn? Okay, ich hol mir jetzt erstmal noch wieder Diamanten schwingen. Ich hol mir jetzt Diamantenhosen, auch wenn ich hier irgendwo am letzten Loch bin. Ja, ich bin auch nicht. Ja. Wo ist die Lava? Äh, ich fall gleich wieder direkt runter. Hm, interessant. Oder brennt, dann kenne ich mit denen. Bist du auf der Insel? Ich betrachte hier, wer hier von dem stirbt und dann hole ich mir hier was. Ich könnte eigentlich auch aufnehmen, aber irgendwie... Nee, ich bin direkt in der Mitte. Interessiert mich gar nicht. Haha. Ähm... Ja, und ich bin bei den Diamant-Hosen, nimm jetzt ein paar... Mach jetzt ein paar... Nein, ich bin wieder direkt gestorben. Ich bringe mir jetzt direkt runter, ehrlich. Alter, das ist so geil, dieser Bug, dass man einfach was holen kann und dann ist man direkt wieder da. Halt. Hoffentlich liegt da noch was. Nein, ich kann gar keine Sachen mehr aufnehmen. Ja, hier liegt noch was. Komm mal her, ich muss eben Diamant-Hosen. Nein, der killt mich. Der killt mich. Ist das normal? Ja. Nein, ich hab's nicht geschafft. Alter. Okay, aber da müsste noch was liegen. Wenn ich mich nicht irre, hab ich nicht alles aufgesucht. Wow. Alter. Ähm... Nee, scheiße. Liegt hier noch was? Ja, hier liegt noch was. Ja, ich hab wieder Diamantenschwert. Schutz 3... Äh, 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 hier. Ich hab einen Helm mit Schutz. Ja, ja, Alter, jetzt bist du weggerannt. Bleib mal stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Boom, okay. Äh, oh, ich hab eine Diamanten-Hose. Ja, wieso nur? Ach, wie kommt das? Also, es hat kein Remco dir einen zugeworfen. Jetzt will ich ja endlich mal level, endlich mal. Ja, das ist, da kannst du dich froh mitschätzen, dass du nicht... Ich brauch noch einen Diamanten-Post-Panzer. Ähm... Wo waren die Diamanten-Post-Panzer? Ach, die waren bei... Hm, in deiner Mutter vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Oder ich geh mit denen, der hat einen... Der hat zwei Dornen, und der hat nur P-Schwert, aber ist ja egal. Hat der Dornen die Pieken? Mann, der hat Dornen, Verzauberung. Ja, ja, schon klar. Alter, voll arm, dass wir Minecraft spielen. Das ist schon los. Oh, das ist schon 22 Uhr. Ja. Ich töte jemanden mit dir. Ja, ich hab ihn irgendwie eingesperrt irgendwo. Ja, mich tötet noch ein anderer, lol. Äh, es kann sein, dass ich zwischendurch ganz schnell ausmache. Ja, was ist das denn für einer? Äh, äh, der macht einfach mal eiskalt, mich brandend. Naja, okay. Also ich glaub, ihr wisst jetzt, worum es in dem Spiel geht. Jetzt hab ich keine Lust mehr aufzunehmen, oder auf dieses Spiel eigentlich. Eigentlich macht mir das Spiel überhaupt keinen Spaß. Ich wollt's nur mal gezeigt haben. Eigentlich wollte ich hier Dragon Escape aufnehmen, aber naja, okay. Dann, Freunde, bis zum nächsten Happy Wheels Video. Happy Wheels? Weißt du nicht, was das ist? Ich weiß, was Happy Wheels ist. Hast du keine Achselhaare, oder was? Ich weiß es nicht. Das ist aber, das ist nur was für mich. Ja, lol, ich hab grad den besten Abgang gemacht. Achso, ja, okay. Ja, YOLO, okay. Läuft die Aufnahme noch? Ja, sie läuft immer noch. Und ich wollte mich verabschieden, aber du hast mich mal wieder unterbrochen. Lass mich mal an. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Lass mich mal an. Hör mal auf zu sprechen. Ich will hier mal die Abmoderation machen. Ja, toll. Ja, okay, auf jeden Fall jetzt noch mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.